Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch gemeinsam folgende Themen besprechen. Zum einen gucken wir uns Aussagen eines Kryptoinvestors an, der einen Preis von 20.000 Dollar und mehr pro Bitcoin prognostiziert. Außerdem gucken wir uns an, was in diesem Jahr an großen Wänden und Veränderungen stattfinden wird. Und zu guter Letzt gucken wir Richtung Kurs-Explosionen bzw. das Sinken der Produktionskosten pro Bitcoin. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das erste Thema an und hier geht es um einen Investor, der darüber gesprochen hat, dass der Bitcoin die 20.000 Dollar und noch mehr erreichen kann, wenn es weitere Akzeptanzwillen gibt. Dabei geht es um Alistar Meilen, der Chief Investment Officer des Digital Currency Fund. Und der hat über Twitter verschiedenste Aussagen hier nochmal zum Besten gegeben und sprach darüber, dass der Bitcoin ein asymmetrisches Risikoprofil besitzt und es aus seiner Sicht daher sich langfristig lohnen würde, in diese Coins quasi zu investieren, also in den Bitcoin selber dort zu spekulieren. Und das hat auch zum Beispiel Mark Jusok und Anthony Pumplano von Morgan Creek in gewisser Weise mit bestätigt, denn sie sprachen vor allem darüber, dass es die regulatorische Gewissheit und Klarheit um Kryptowährungen in Zukunft geben wird und das gepaart mit dem Allzeithoch bzw. die 80%, die wir jetzt im Jahr 2018 wahrgenommen haben an Preissenkung und daraus ergibt sich dann die asymmetrische Chance. Bedeutet also nichts anderes, als dass wir nach diesem heftigen Dip auch wieder ein Hoch sehen werden und sich das quasi gepaart mit dieser regulatorischen Gewissheit. Das bedeutet also, dass es mehr regulatorische Gesetzesgebungen in verschiedensten Ländern gibt, zu dem Thema Kryptowährungen, Bitcoin usw., dass dort natürlich neue liquide Mittel in den Markt kommen und dass natürlich der Preis für einen Bitcoin deutlich gesunken ist. Das heißt also, auch hier sind die Einstiegshürden deutlich geringer geworden, als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Und so könnte es relativ schnell passieren, dass wir eine gewisse Dynamik entwickeln und dass es dann Richtung FOMO geht. Das Ganze ist natürlich rein spekulativ zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben in der Vergangenheit bereits viele verschiedene Experten mitbekommen, die hier solche Aussagen getroffen haben. Die einen sprachen von über 20.000 Dollar, teilweise wurden hier Ziele von über 100.000 Dollar und sogar Millionenbeträgen genannt und das ist natürlich sehr spekulativ. Ich bin zwar persönlich auch der Meinung, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren hier weitere Preissteigerungen sehen werden, doch die Frage ist, wie schnell das Ganze passiert. Wir brauchen, wie hier schon richtig beschrieben, regulatorische Maßnahmen. Wir brauchen mehr Sicherheiten, wir brauchen mehr Gewissheit, wir brauchen mehr Klarheiten und erst wenn diese aufgestellt sind, gibt es die nächsten Schritte nach vorne und dann geht es wahrscheinlich richtig los. Das Ganze, was hier oder beziehungsweise etwas, was sehr interessant auch ist, ist, dass er hier darüber spricht, also meinen, dass die Nützlichkeit von Gold nie in Frage oder in Zweifel gestellt wurde. Natürlich kann man aus Gold etwas produzieren, man kann etwas bauen und so weiter. Es ist also etwas Praktisches bis zu einem gewissen Grad. Letztendlich hat das aber niemals jemand in Zweifel gezogen und deswegen geht er davon aus, dass der Bitcoin auch das Potenzial hat, de facto das digitale Gold zu sein und dass es auch in Zukunft niemand mehr in Frage stellen würde. Denn wir haben sowieso auch mitbekommen, dass es viele verschiedene große Unternehmen und Institutionen gibt, die Interesse daran haben, in den Markt einzusteigen beziehungsweise schon die ersten Gehversuche gewagt haben und damit also schon mal zukunftsorientiert sich platziert haben. Heißt also, wir haben hier wirklich eine sehr spannende Zukunft vor uns. Dann haben wir hier das Thema der Wende des Bitcoin. Das heißt also, hier geht es so ein bisschen darum, was jetzt eigentlich in der nächsten Zeit so passieren kann. Auf der regulatorischen Seite zum einen geht es hier um die FCA in Großbritannien. Das heißt also quasi die Financial Conduct Authority, die sich um die Banksektoren kümmert und diese beaufsichtigt. Und hier könnte es sein, dass die FCA dazu ermächtigt wird, alle Cryptoassets zu überwachen und vielleicht sogar Cryptoassets verbietet in irgendeiner Art und Weise. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher, ob es passieren wird, aber es könnte passieren. Und wir haben zum Beispiel auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die EBA, die standardisierte Vorschriften für Kryptowährungsgeschäfte innerhalb der EU initiieren möchte, um unfaire Kursunterschiede zu beseitigen und natürlich Kryptoinvestoren zu schützen. Da ist natürlich die Frage, inwieweit sie tatsächlich Investoren schützen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passiert. Aber es geht natürlich in gewisser Weise in die richtige Richtung. Wir haben auf der einen Seite natürlich die ganzen negativen Dinge, die dadurch passieren. Das heißt also, die Anonymität fällt komplett flach und fällt komplett weg. Auf der anderen Seite haben wir aber die sichere oder beziehungsweise die regulatorischen Maßnahmen, die dafür sprechen, dass weitere Investoren in den Markt kommen, weil die ganzen Dinge geklärt sind. Also das heißt, wie kann ich mich dann verhalten? Wie sichere ich mich ab und so weiter in Verlustfällen? Also es gibt hier viele verschiedene positive und negative Fakten, die hier dadurch entstehen würden. Und ja, letztendlich spricht auch der quasi oder die Person, die sich hierüber ausgelassen hat, Hatsch in dem Fall, darüber, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt eher in einer Spekulationsphase stehen. Und er glaubt, dass gerade wenn es zu einer Nutzenphase kommt und diese eintrifft, dass wir dann auch wirklich extreme Anstiege sehen können. Und ja, das ist sehr, sehr interessant, grundsätzlich zu sehen, in welcher Hinsicht die Person sich hier geäußert hat. Denn wir sehen auf der einen Seite, wie gesagt, Regulation, auf der anderen Seite aber auch natürlich die ganzen Nebenwirkungen und negativen Aspekte, wie zum Beispiel das Verlieren der Anonymität. Und ob sich daraus dann tatsächlich ein Nutzen bildet, das werden wir wohl erst in den nächsten Jahren sehen. Und zu guter Letzt gucken wir uns mal das Thema Kostenexplosion an. Hier geht es vor allem um eine sehr interessante Studie, die sich mit dem Thema Bitcoin-Produktionskosten auseinandergesetzt hat. Und zwar geht es hier um einen Finanzökonom, das ist Prof. Dr. Olaf Schlottmann, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt also die Produktionkosten und die Stromkosten von der Produktion eines Bitcoin. Und viele sehen ja die Stromkosten für das Mining als den preislichen Boden des Bitcoin an. Das glaubt Prof. Dr. Schlottmann nicht. Er sagte, der enorme Einfluss der technischen Entwicklung auf die Produktionskosten wird von vielen prominenten Marktteilnehmern Lee Novogratz bei ihren Kurszielen von 100.000 Dollar und mehr offenbar einfach ignorieren. Das Interessante ist, er hat hier verschiedene Szenarien aufgeschlüsselt. Und hier geht es zum Beispiel um die technologische Entwicklung bei konstanter Hashrate. Bedeutet also nichts anderes, dass die Hashrate und die Stromkosten ungefähr gleich bleiben. Und da gehen wir gerade von dem Höchstwert vom Jahr oder beziehungsweise von August 2018 aus, wo der Wert bei ungefähr 60 Hash oder EH die Sekunde lag. Und da geht er davon aus, dass gerade wenn natürlich auch die Belohnung runtergeht und so weiter, dann sehen wir hier 2020 liegen wir bei einer Produktionskosten bei 2.381 Dollar. 2.025 geht er davon aus, da haben wir natürlich schon das Block Halving hinter uns, dann geht es dann weiter bei 89 Dollar. Und 2.030 geht er davon aus, dass wir bei 3,93 Dollar pro Bitcoin liegen. Was natürlich bedeuten würde, dass in dem Moment, wo so günstig Bitcoins erzeugt werden können, dass der Preis extrem nach oben geht. Also das ist eine ganz klare Sache. Dann haben wir hier auf der anderen Seite quasi eine weiterwachsende Hashrate. Bei technologischen Sprüngen bedeutet also nichts anderes, als dass die Hashrate weiter nach oben geht und dass wir auch parallel dazu technisch uns weiterentwickeln. Und hier würde es dann bedeuten, dass wir dann quasi Produktionskosten, die würden dann bei 10.000 Dollar liegen, dann würden sie 2030 auf 3.000 Dollar runtergehen, 2040 auf 2.900 Dollar und 2050 auf 1.256 Dollar. Heißt also auch hier gibt es quasi eine positive Entwicklung. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Thema Finanzinnovation. Hier geht es also darum, wenn zum Beispiel 0,5 Prozent des derzeitigen Gold-Vorkommens in den Bitcoin investiert und umgeschichtet wird, dass dann quasi auch der Bitcoin-Kurs anfängt zu steigen. Bei einem Fall von 0,5 Prozent würde es bedeuten, dass der Bitcoin-Kurs von über 5.000 Dollar erreicht werden würde und wenn zum Beispiel 10 Prozent des Kapitals im Goldmarkt in den Bitcoin fließt, dass es dabei auf einen Kurs von über 40.000 Dollar hinauslaufen würde und das würde dann immer weitergehen. Das heißt also letztendlich, die Investoren, die normalerweise in Gold investieren würden, würden jetzt in den Bitcoin investieren als Alternative und dann würde es auch zu einem Wertzuwachs kommen beziehungsweise zu einem Preiszuwachs. Also wir sehen hier verschiedenste Szenarien. Vor allem Szenario Nummer 1 ist natürlich enorm interessant, gerade für die ganzen Miner. Wir haben natürlich extrem geringe Kosten für einen Bitcoin, würden aber trotzdem einen relativ hohen Reward, den wir noch bekommen und damit natürlich auch steigende Preise beziehungsweise auch, ja, wir würden einfach richtig heftige Rekorde hier wahrnehmen und damit natürlich auch eine wirklich schöne Zeit wahrscheinlich haben. Denn jeder, der Bitcoin zu dem Zeitpunkt hat und besitzt, wird sie dann zu einem relativ hohen Kurs auch abstoßen können. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.